so hier eine chicken homo so hier muss ich denn da tanne schnapp ihn dir komm und schnapp sie dir ich hab ja hier diesen komischen gameboy emulator auf dem handy alter ja hab ich auch und immer wenn wir in der berufsschule sind in der pause und so also natürlich nicht im unterricht wird immer schön pokémon gedaddelt alle haben es einfach auf dem handy wir zocken immer feuerrot und blattgrün und so eine scheiße ich zock momentan zelda auf dem handy oi 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 zelda scheiß auf candlemon hier candlemon ist auch so ein easy digimon eigentlich das hab ich auch aber schon von anfang an gehabt damals das weiß ich glaube ich sogar noch hegel hat mir das damals aus dem cash shop geholt ich hab mir das auch noch irgendwann holen das ist auch nur glaube ich nur ein einschipper candlemon ne ist 2 glaube ich oder 3 ja ok aber ne immer noch easy guck ihn ihn an er will mir nicht neidisch machen mit seinem scheiß tremorgemon jetzt der graham die muschi alter was will er machen er steht mit seinem tremorgemon neben mir und reitet um mich herum das könnte ich auch gleich machen könnte ich auch gleich machen jetzt sehe ich es auch im stream er ist cool aber ist er nicht er ist halt nur ein bisschen er ist halt nur ein bisschen naja er ist halt naja da kommt es nicht so durch so aber war es so ein ach schon gut oh was ein skill alter der ist ja übel bayern bayern münchen ist die beste mannschaft der welt ne da kann nicht sein er schleicht sich da einfach ins bild rein das ist schon freche ja ist so ne ist da graham graham ja diese santa boxen geh mir auch ach diese rudolf boxen geh mir auch auf und sag will die einer kauf mir ein m each hab über 300 stück die bedeutung von graham graues haus oder kiesland alles klar oder ich sag döner ham gleich das heim das haus ist natürlich alt englisch und greg gleich grau also auch alt englisch daraus ergibt sich dann kiesland ist ja ganz klar wat bitte wat bitte wat bitte dat kann doch wohl nicht wahr sein boah so ein scheiß memory schüpp für selbstgemachte döner ich geh mir gleich döner holen ihr muschis haha aha geht jetzt gerne mit kalzone alter hätt ich jetzt richtig bock drauf hol doch eine mit dönerfleisch dran ich hab grad schon spätzle gegessen wie gut ist dein englisch soll das ne frage sein dann fehlt dein fragezeichen oder du und dein fragezeichen das muss sein alter du kannst recht treibfehler machen wie der größte alex aber ein fragezeichen muss sein ich mache mir warte mache mir den döner gleich selbst du muschi du hast nicht mal richtiges dönerfleisch zuhause so jetzt level 11 zu akadimon adult adult haut der mehr damage rein ne ne er kommt auch jetzt jetzt kommen sie alle mit ihren scheiß remorgemanns fickt euch doch alle in den arsch ich komm gleich auch wieder weg fickt euch juckt mich überhaupt nicht weißt du weißt du weißt du diese komische gatto kaka gilde da einfach reinflamen ich hab gar keinen bock das ding zu leveln ich hab gar keinen bock überhaupt zu leveln ich will einfach so ein bisschen labern quatschen ihr könnt eure beiden Dremorgemanns auch schön im Hintern flanken lassen ne könnt ihr mir ein paar Dremorgemann-Ex geben dann gegenseitig anbohren das war eine schwere Geburt ne für Dremorgemann ne was kann der denn hier Snatch Whip Level 12 und ich hab einfach keinen bock mehr zu leveln weil die mir auf den Sack gehen Lass mich doch in Ruhe ich hätt gern mal wieder so ein Digimon wie Toy Argo-Mon oder so halt diese Mon hätt ich halt übelst gern was ein bisschen was irgendwie was exotisches Alter keine Ahnung was keine Sau hat und ja tschüss was halt eigentlich mega schwach ist ne aber naja Hilfe kommt doch her ich leuchte viel mehr als ihr ihr Muschis ich werd euch alle killen ihr Mongos pfff wieso die Abseite herlaufen alter die scheißlose jetzt kommt er auch jetzt tut er so als ob der cool wär weil der das selber hat siehste Lappen bisschen Lappen Junge wer denn? jetzt auch nicht jeder hat das jetzt immer gehts doch nicht ey der hätt ich gedacht da hab ich mal wat wat ist da noch einer gekommen oder? nein wir haben alle jetzt unser Dings draußen unser Ryo Damon ach so ja nicht Ryo Damon oder? doch Ryo Damon doch guck mal wie wir alle am leuchten sind wir sind der leuchtende Stern nooo der leuchtende Stern komm wir machen komm wir machen wir machen Screenshot Screenshot komm ein Bildschirmschuss höhö guck mal die sind zu blöd sich gerade hinzustellen Alter macht ihr grad so ein verholtes Dreieck Alter das ist das Todesdreieck Todesdreieck bin ich der einzige der Alphamon als Alphamon genommen hat? Fack Todesdreieck wer da jetzt reinfällt der stirbt und der machts kaputt Ryo Damon ist halt low hab halt das andere Viech genommen mach doch mal Pose Graham ey mach doch mal Pose Graham ich mach euch da ein Titelbild bei meinem Dingens gutes Dreieck alter Mooder Dreieck mach doch Graham Ryo Damon Dreieck Ryo Dreieck mal jetzt ist der AFK oder was? M40 mach doch mein Gott mach doch Alter komm gib mir Screenshot Digga warte die Moos muss da weg Alter was macht der da? er stellt sich einfach rückwärts rum Alter Maa mach doch jetzt ich kann mir meinen Schwanz lecken mach ich drehe mich einfach um jetzt so ein Mungo ne ich hab alles wir wollen uns jetzt so da hinstellen so richtig Pro-like so richtiges Kuscheln aber muss richtig schön aussehen so richtig so ja ok Screenshot Screenshot jawoll hab ich noch und noch einen und weil's so schön war noch einen dritten jawoll so tschüss Mongos wenn mehr wart ihr nicht gut ja Sonic ich komm doch ich hab noch Waste Joggers Chips die sind zwar mega low aber naja soo was haben wir hier? ich muss ja raiden ich will ja die Boxen sparen neptun ich bin wieder auf K spiele low weiter schäm dich was? guck mal geil ich hab heute zwei Rings gespielt eigentlich das erste hab ich gewonnen das zweite der Ring verloren ha 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 so schlecht sag doch mal was ich leveln soll sag doch mal ich level nix ich geh jetzt in Stats und pimmel da einfach rum hast ja richtig viel geschafft Alter Alter weg Bronze 5 Alter ha 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 kai mein Freund Bronze 5 Alter dein Ernst? Braun 5 ist er ne warte ich mach jetzt hier meine Paint Skills Bambus 5 mach Paint Skills jetzt Paint? was hast du vor? Paint Skills jetzt James Screenshot weil wir so die übelsten Pros sind boah wie hässlich das aussieht der Screenshot ich geh mal an jetzt das sieht ja mal voll schwul aus oder? hier noch nix was sagt ihr? was soll ich denn soll ich denn hier rein stellen? mach nicht mach nicht Alter sind wir direkt gebannt wieso wieso werde ich da gebannt? easy custom custom interface ich hab da rausgedingen das sieht man auch nicht bei custom interface du siehst doch deine ganzen die ganzen Namen da mitten im Bild genau und? also mich juckt das jetzt auch nicht aber keine Ahnung ich werde da jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf achten so ich speicher das aber lalalala so viele Leute werden jetzt gebannt alter scheißwixer da wenn sogar Chris schon gebannt wird so in unserem Umfeld direkt dann keine Ahnung warum wird der gebannt alter irgendwas mit fraud ich weiß nicht mehr was genau auf jeden Fall kein richtiger Grund irgendwie Verdacht auf blablabla lol alter da verkauft einer OCS 5TH alter Verdacht auf Betrug oder irgend so ne scheiße 1TH 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 3 Ich wette, die lassen mich morgen richtig hart schuften, Alter. Ja, hoffentlich. Ich hoffe nicht, Alter. Ich hab keinen Bock. Ich will nur die Füße hochlegen, sonst nix. Hat's viel für immer. Hat's viel unter dem Tag gehört dir, ne? Alter. Also ich weiß, dass ich nächsten Monat, also nächste Woche so rum oder darauf die Woche, wenn es wieder Geld gibt, dann mach ich erst mal wieder Mega-Cashen. Easy. Für so ein paar Euros wieder, ein paar Euros. Für ein paar Euroen und dann mach ich einen Stream und dann machen wir zwölf Stunden Stream wieder oder so. Ja, lass mal einfach All-In gehen, 24 Stunden. Komm, easy, Mann. Habe ich jetzt noch mal nicht geschafft. Habe nur zwölf Stunden geschafft. Ja, da warst du da alleine? Nein, da war ich mit Quentin und mit Graham und den ganzen anderen am Raiden und so. Ja, das sieht halt ganz anders aus. Und dem TS mit denen labern und so. Ja, mit mir geht's safe. Dann wird's halt so oft durch, Alter. Ja, oder du musst zu mir kommen oder ich komm zu dir. Ne, du musst zu mir kommen wegen Internet. Ja, genau. Alter, dann mach ich meinen eigenen Stream, Alter. Erstmal in meinem Leben Stream, Alter. Na ja, dann wär dein Internet, glaub ich, auch broke, ne? Zwei gleichzeitig. Warte. Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Oder der wäre mega nice. Hat er so zwölf Perspektiven oder so. Oder wir müssen, oder wir machen zwei.